Herr Blaschert hat gestern eigentlich noch einmal gezeigt und bewiesen, dass der CDU in der Regel nicht ausgedacht ist, dass er auch als Person für das Amt absolut überfordert ist. Es ist ja eine Einigung mit der CDU in den entscheidenden Fragen, dass wir empfehlen können, in Koalitionsverhandlungen zu treten mit den Münder des Partnern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017